Ich kann mich kaum bewegen. Mein ganzer Körper ist ein blauer Fleck. Ich auch nicht. Das werde ich dann nie vergessen, Wursche. Wegen dir kann ich mich kaum noch bewegen. Wegen mir? Sie haben doch angefangen. Müsst du schon wieder damit anfangen, du Sohn einer schwindsüchtigen Schnapstrosse? Schreien Sie nicht. Sogar die Ohren tun mir weh. Vorsicht mit den Kanistern, habe ich gesagt. Ja! Was ist denn überhaupt drin? Warum haben die so komische Löcher? Damit die Tierchen dich besser sehen können. Da ist was Lebendiges drin. Kleine Monster. Sollst du nicht fallen lassen, du Unglücksrabe. Aua! 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 Was sind denn das für Viecher in den Kanistern? Und wann gibt es endlich wieder Bier? Es sind Botenall des dritten Elements, der Erd. Damit Haus Mottenstein soll endlich untergaren. Drittes Element? Erde. Wie wollen Sie das Haus putt machen mit Erde? Einfach zuschütten? Dafür braucht man schwere Maschinen. Sagte ich nicht, dass ich Boten send. Bewohner sind's der Erde nur. Und klein. Ein Heer von Ihnen kick ich in die Schlacht. Dem Nichts kann dort mehr widerstehen. Anfressen werden Sie alles. Werden alles untergraben. Was sind das für kleine Boten? Danke. Danke.